Hallo, ihr wolltet ja mein Duschgel-Video sehen und heute bekommt ihr es. Ja, wenn Reni das Duschgel-Monster ist, bin ich vielleicht das Duschgel-Monster auf, ja, das rollende Duschgel-Monster auf vier Reifen oder so ähnlich, bin ich dann. Ja, ich habe einige Duschgels angehortet, weil ich, ja, ich mag so viele Gerüche, also ich mag süße Gerüche, mag fruchtige Gerüche oder ich kaufe irgendwie ganze Zets und da sind dann auch immer so viele dabei. Weil, egal, ich fange es einfach an und mich würde es ja sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr auch so eine Duschgel-Horterin seid oder Horter und welche Düfte ihr so am liebsten mögt, also, ja, das würde mich ja sehr interessieren. Vielleicht habt ihr noch ein paar Empfehlungen für mich, ja, eigentlich sollte ich nichts mehr kaufen. Auf jeden Fall habe ich zum Beispiel noch ein bisschen von dem Balea Young PG Rose Duschgel, ja, also ich rieche alles ein bisschen verfälscht zur Zeit, weil ich immer noch Schnupfen habe, ich kriege den nicht weg, auf jeden Fall riecht es aber, und ich weiß ja eigentlich, wie es riecht, ähm, gehe wieder zu. Sehr fruchtig riecht, sehr süß, ich mag es aber dennoch und, ja, ich finde die Verpackung auch so schnuckelig, also Balea lässt sich da mal sehr schöne Verpackungen einfallen. Dann habe ich zum Beispiel gerade auch meine Dusche geholt, deswegen sieht das auch ein bisschen, ja, ist voll mit Wasserspritzern einfach, aber ich glaube, ihr seht das gar nicht. Von Lady Gaga das Fame Duschgel und das ist ja eine schwarze Flüssigkeit, ist total interessant, wenn man sich das, ja, auf den Körper macht und dann sieht das halt wirklich sehr eigenartig aus, aber keine Sorge, das geht wieder rückstandslos von der Haut mit Wasser, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr cool von Lady Gaga inszeniert worden und es riecht sehr schwer, würde ich schon fast sagen, ähm, sehr fruchtig, aber auch ein bisschen süßig. Eigentlich ganz gut für den Winter, ähm, sollte ich mir aber definitiv nichts wieder nachkaufen, also ich hatte das ja in meiner Douglasbox, vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern und, ja, 20 Euro ist mit definitiv zu viel für ein Duschgel, also meine Schmerzgrenze werdet ihr gleich noch sehen. Als nächstes wisst ihr ja, dass ich ein großer Fan von diesem Treckle Moon Duschges bin, beziehungsweise Duschcreme, nennen die das hier immer. Hier habe ich die große Flasche My Coconut Island, riecht sehr toll nach Kokosnuss, ja, ist ja mein absoluter Favorit. Ähm, sonst habe ich zum Beispiel noch hier die kleine Flasche, noch ein bisschen was drin mit Mango, riecht auch toll, aber würde ich mir glaube ich nicht nachkaufen, einfach weil es nicht so nach Mango riecht. Das grüne habe ich aufgebraucht, das werde ich mir mal nachkaufen und dieses neue mit dem Zimt gefällt mir nicht so gut. Fräulein Wunder Lemon Grass, das hier und das riecht eigentlich ganz gut, also mal gucken, wie es durch meine verschlupfte Nase riecht. Oh, ich riecht echt gar nichts. Oh, ich hätte mir fast das Duschgel an den Nase gespritzt. Ich glaube, das riecht ganz angenehm, wirklich so nach, ja, Limonen Grass, weiß ich nicht, aber so ein bisschen zitronig, limonig. Ja, ja, dann habe ich ein paar, hier habe ich übrigens eine ganze Box wohl, äh, dann habe ich noch ein paar von diesen kleinen hier, ich drücke mal eben Coconut Island weg. Ihr werdet mich so gekloppt halten. Das ist meine Brand voll, hier eine fast Pyramide voll, habe ich von diesem kleinen Duschgel hier, von der Marke Kings and Queens. Die gab es mal bei Blue Class, ich weiß gar nicht, ob es die Marke noch gibt. Ich glaube, die wurden alle rausgeschmissen. Das hier ist einmal Lemon Flower, Cinnamon Orange, das mochte ich nicht so gerne. Aber, ja, ist halt dabei gewesen. Dann, Chinese Princess. Ach, das war mein Favorite, dieses Sugar. Das riecht wirklich nach Zuckerwatte. So hammermäßig und ich mag sehr gerne Zuckerwatte, auch wenn ich im Sommer ein traumatisches Erlebnis hatte. Aber Zuckerwatte ist mein Favorit. Und dann das ganz einfache Honig-Duschgel, riecht auch sehr toll. Ähm, dann habe ich hier noch, kann ich gar nicht lesen. Achtung! Äh, das ist das selbe Duschgel, aber hier ist die Farbe ausgeglichen. Von Daisy Marc Jacobs. Von dem Parfüm einfach noch das passende Duschgel dazu. Ich hatte mir das mal im Set gekauft, mit Parfüm, Bodylotion und Duschgel. Ja, riecht ganz gut, wie das Parfüm halt, aber würde ich mir auch nicht nachkaufen. Solche, ähm, parfümierten Bodylotions oder auch Duschgels sind immer sauteuer. Dann werdet ihr auch schon meine Schmerzkränze sehen. Es sind nämlich diese Richworth, ähm, Duschschäume. Ich glaube, die kosten 8 Euro pro Pulle. Ähm, von dem habe ich schon die Kappe verloren. Ich weiß auch nicht, verliere die immer. Das hier ist einmal die Richtung Sensation. Mit Cherry, mit Cherry Blossom und Organic Rice Milk. Ja, es riecht auf jeden Fall sehr frisch. Ein bisschen blumig. Irgendwie so ein bisschen wie im Supermarkt. Die Waschmittel- und Weichspülerabteilung, finde ich zumindest. Also, gefällt mir sehr gut. Ich habe davon auch eine Creme zum Beispiel. Und die benutze ich sehr, sehr gerne als Handcreme. Habe ich noch eine zweite. Ich hatte das mal bei Real, so eine, ja, Treuepunkteaktion. Da habe ich mir auch mal welche gekauft. Und dann habe ich ja noch als Backup, habe ich euch ja schon letztens gezeigt, äh, das da. Das Hammer am Delight mit dem Eukalyptus-Duft. Hilfe, man sieht mich gar nicht mehr, wenn ihr voll mit Duschgel. Ähm, ich habe hier noch gerade gefunden, Strawberry von The Body Shop. Riecht sehr künstlich nach Erdbeere. Muss man definitiv mögen. Aber ich stehe drauf. Ähm, ja, muss ich jetzt auch mal unbedingt benutzen. Habe ich ganz vergessen in meiner Unordnung. Von Balea das Dusch-Suppie Sunny Peach. War ja mein neuester Zugang. Habt ihr ja letztens in meinem DM-Roll gesehen. Vielleicht, ähm, ja. Das ist jetzt ja nicht so der Knaller, wenn ich ehrlich bin. Aber die Verpackung ist schön. Ja, ich finde immer einen Grund, warum ich darüber positiv sprechen kann. Ich wollte mir definitiv nichts mehr kaufen. Ach ja, in der Box habe ich jetzt gerade nur noch andere Produkte. Eine Creme, noch eine Creme. Dann so ein Öl und ein Parfüm-Külbchen von Armani Code. Ne, das mag ich gar nicht. Ne, ich glaube, das waren jetzt alle meine Duschgels. Also, ich bin fleißig am Aufbrauchen. Ich hoffe, ich bin nicht alleine mit meiner Leidenschaft, das Duschgel zu horten. Aber ich mag halt gerne so fruchtige, frische Düfte, die man eigentlich nur so im Sommer benutzt. Aber, ja, ich benutze ja auch im Winter. Ähm, so Zimt- oder Vanilledüfte mag ich nämlich gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ihr wolltet das ja gerne sehen. Und ich habe jetzt gar nichts mehr zu sagen, außer, dass wir uns wahrscheinlich am Sonntag wiedersehen. Also, bis zum Sonntag. Tschüss.